12. September 2023 auf dem Parkplatz hier beim Julier Pass. Es war die ganze Woche heiss, schön. Heute sollte es einen Umbruch geben, im Nachmittag Gewitter und Regen. Ich habe darum gesucht, dass ich etwas Kleineres machen kann, was nicht vier oder fünf Stunden Aufstieg ist. Ich habe etwas gefunden. Hier oben der Piz Valeta im Juliergebiet. Ich bin hier auf dem Weg, einmal ins Tal hinteren und versuche auf den Berghut zu kommen. Es hat einen Wegweiser gehabt. Es hat weiss-rot-weiss Zeichen hier Richtung Bass. Es ist auch angeschrieben, aber ich denke, mein Weg geht hier durch. Es ist auch ein Weg, aber ich vermisse weiss-rot-weiss Zeichen. Die müssen eigentlich herum sein. Somit muss ich dann nochmal das Ganze kontrollieren, wenn ich hier ein paar Meter vorne gelaufen bin. Es ist tatsächlich so. Also bei diesem Wegweiser hier unten geradeaus laufen. Nicht rechts, nicht links. Der Grund, warum es kein Zeichen hat, habe ich herausgefunden, dass der Weg offenbar aufgelöst worden ist. Es ist zwar ein Weg, aber er ist nicht mehr offiziell weiss-rot-weiss. Auf gewissen dieser Karte ist er noch drauf, aber eben nicht überall. Bei mir, auf einem Telebon, auf so plass, ist er nicht mehr drauf gewesen, auf der Swiss Topo. Aber es ist trotzdem mein Weg, der hier ins Tal einführt, wo ich dann irgendwann mal rechts verlassen muss, Richtung Berg. Der Piz Valeta ist eigentlich rechts von mir vorne. Und auf diesem Weg gehe ich eigentlich tiefer ins Tal ein, wo dann irgendwann einmal rechts ein Gröllhalde anfängt, wo man eigentlich ein, zwei Stufen dann sollte auf den Berg hochkommen. Ich habe gesehen, es gibt zwei Aufstiegsmöglichkeiten. Die Nordseite und dann die Seite, wo ich jetzt hier. Nach einem kurzen Stückchen laufen, macht der Weg eine Ecke, aber man sieht es nicht. Man neigt dazu, hier weiter gerade auszulaufen. Das wäre aber falsch, sondern und man muss da, wie der Retour, diesen Weg, gehen nach hinten hoch. Ja, man muss sich das vielleicht so merken, dass man da auf der Stirnseite, bei diesen Felsen, dass man da quasi Kurven kratzt und dann da weiterlauft. Alles andere ist falsch. Das Weg ist voll Gras. Wird wohl nicht viel gebraucht oder nicht häufig begangen, so wie es aussieht. Gut läuft es einmal einmal durch. Es hat ein, zwei Serpentinen an. Hier der Bach darauf. Und dann schauen wir wir einmal, wie es oben aussieht. Im oberen Bereich geht dann das Weg über den Bach hier, und dann gehen wir noch einmal durch. Es geht dann ein Stück hinterher und einfach noch nach etwa 100 Meter, habe ich den Weg rechts verlassen. Es geht hier rüber, zum Bächli, der Brieh. Und geht das Buckeli da drauf. Ich laufe die Rine darauf. Es ist ziemlich steil. Die Hangneigung stimmt und du lernst immer. Oder hat ein bestimmtes Auflösungsvermögen. So, der Dreck führt mich weiter dahinter. Ich bin dann unter problematisch die Kröllhalde aufgelaufen. Es ist nicht ganz so steil gewesen. auch nicht kritisch im Sinn, dass man nur noch spurt. Und bin jetzt hier unter den Felschen angekommen, in einer Grasstufe. Und das Felsnäsli, gehe ich jetzt hier quasi links um, auf dem Gras. Ich bin um das Näsli rumgelaufen. Es hat so ein wenig Schutt, ein wenig Gras, Felsschrafen. Es ist ziemlich steil. Ich gehe da noch darauf. Gemäse meinem Dreck eher im Moment ein wenig links rüber. Muss ich ein wenig rüber halten dann. Ja, und ganz leicht darauf. Ich bin das Grasband ganz zugelaufen. Nicht hier über den Schutt. Sondern hier oben durch. Und versuche hier über die Traverse eher so gut wie es geht. Und dann irgendwann sollte nochmal einen Aufstieg erfolgen, weiterformen. Ich bin hier der Felschen an den Rauf. Ich bin hier in einen Schutt hineinkommen, wo ich nicht mehr weiterkomme. Ich spule. Einen Schritt hoch. Und fast die gleiche Strecke wieder oben runter. Aber eigentlich muss ich gar nicht rüber, sondern ich will eigentlich rüber. Ich versuche hier auf der Seite rüber zu kommen, dann rüber und dann aufs Gras rüber. Ich hoffe, dass es klappt. Ich habe es geschafft. Ich bin hier rüber zu kommen. Es ist wirklich steil. Das Ganze ist eigentlich wegen dem Felsband hier unten. Es hat ein Felsband, darum die Umgehung hier im Gröl. Das meiste ist gut, aber im kleinen Teil ist schwierig. Und ich glaube, es geht nochmal weiter hier durch. Gemäss mit dem Dreck. Das geht jetzt wieder ein bisschen ab. Ich bin eben oben durch. Aus Sicherheitsgründen. Oder wir wollen in den Grölhalder sein, wenn wir ihnen helfen sind. Das ist sicher nicht gerade dran. Aha. Eine andere Steinfark. Mal schauen, wo es durchgeht. Ob das hier vorne ist oder hier. Ich muss eine Werkbestimmung machen. So, das runter hat gut geklappt. Dann hier wieder runter. Nächste Grölhalde. Auf der Grat. Da geht mein Dreck hoch. Ich würde sagen 50 Meter. Und dann geht es links hinten. Und dann müsste es auch auf dem Gipfel sein. Ich komme auf einen Übergang. Es geht hier irgendwie wieder hinunter. Das ist aber nicht der Piz Valletta. Der ist irgendwie noch da hinten. Jetzt muss ich schauen, wie ich das mache. Ihr könnt mal da vorne und mal schauen, ob ich da hinten sehe. Ja, mal probieren. So, den Übergang habe ich auch geschafft. Hier hinten rum. Ich würde sagen, es war sicher T4 Plus. Also T4 allein reicht hier nicht mehr. Es ist auch, ja, Klettern in einfacher Form nötig gewesen. Aber es hat gehalten, die Felsen. Und es hat einen guten Griff gehabt. Die Schichtung ist auch gut gewesen. Und man hat auch immer irgendwo etwas gehabt, um draufstehen. Das ist eigentlich so weit tipptopp gewesen. So, und jetzt ist der Katzensprung. Hier hinten, das muss der Gipfel sein. Und jetzt sehen wir auch natürlich verschiedene Möglichkeiten. Wenn man nicht da hinten durch möchte, könnte man auch vorne natürlich rüber. Was ich jetzt mache, ich gehe hier da rauf. Ich gehe gerade noch durch, dass man auch die andere Seite sieht. Ich bin schnell nach vorne gelaufen und ich sehe vorne die Abstiegsmöglichkeit wieder auf dem Rückweg nutzen. Es ist einfacher, weder so quasi dann da hinten durch. Ich kann da einen Direktabstieg machen. Direkt wieder auf die erste Felsstufe. Das ist natürlich zu bevorzugen. So, bald haben wir es geschafft. Es geht noch gerade aus. Noch einmal etwas hoch. So, wir wollen es jetzt hier, hier. Wir wollen mal etwas hoch. So, da werfen wir hier. Dann ist ein bisschen was hoch. Oha. Hier unten sieht man noch den See, den Grossbrüder, wahrscheinlich ein bisschen Jolie. Und hier hinten ist irgendwo Saragonda gekommen. Ich habe alles dabei, Kurzwelle und UKW. UKW wird schwierig sein hier hinten. Ich würde gerade auf Kurzwelle gehen, um zu aktivieren. Ich werde aber sicher das Handfuckgerät noch einschalten, also lokale Stationen, die ich auch noch erreichen möchte. Ja, das Wetter ist bis jetzt auf Top. Besser wieder in der Prognose. Jetzt mal schauen, ob ich hier irgendwo den Masten aufstellen kann. So, Gipfeladministration habe ich erledigt. Die Garmela hat statische Funktionen gehabt. Komm, habe ich sie rausgenommen, ist Steinmandeln zusammengehalten. Ich musste sie wieder aufbauen. Die Antenne ist auch installiert. Der Stein ist genau am richtigen Ort. Der hat vermutlich jemand hergelegt, wo der Funker war. Der Funkgerät genau hier hinstellen kann. Und das Gegengewicht vom Dipol ist hier etwas auf den Stöcken. Und hat natürlich ziemlich harte Kapazität hier nahe am Boden. Aber das Ganze gibt 50 Ohm. Und man kann es einspeisen ohne Anpassung. Somit Gewichtssparrend und Verlustarm. Ja, und jetzt versuche ich hier mal einen Spot abzusetzen. Und schaue, ob ich hier auf einem 20-Meter-Band irgendetwas erreiche. ECO Alpha 4 Bravo Quebec Golf. Bravo Queen Golf. ECO Alpha 4 Bravo Quebec Golf. This is Hotel Bravo 9, Papa India Mike. You are five and eight. Five and eight. Five and nine. Have a good day, it's 73. 73. Thank you very much. ECO Alpha One Delta. DELTA DELTA QSL, Riccardo, QSL. You are in the log. Okay, please repeat my report, René. Your report is a real nine. Radio five and a real nine. Okay, okay. At this moment, five nine, five nine, René, for Nordestein. Good morning. Thank you. Bye-bye. Thank you for the good report. Have 100 Whisky and Jesu 857 with a dipole. Thank you very much for the contact. HB9, bravo, Quebec Uniform Portable. Hans, hallo, guten Morgen. Salut, René. Ich habe hier auf die Lenz nicht reingeschaut, und habe gedacht, wer ist jetzt das Voluto neben dran? HB9 plus, so ist das Voluto, Voluto. Voluto, Voluto, Voluto. Ich bin auf dem PizDurban, das ist, glaube ich, unter 2.01. HBG R2.01, oder? Okay, okay, auf dem PizDurbo. Wunderbar, super, Hans, okay. Ich bin auf dem Valeta. Ich bin auf dem Valeta, im Juli, er passt an. Wunderbares Wetter, noch tiptop, alles da bestens in Ordnung. Ja, ja, 2-3 Viertelstunde, so muss erlaufen, T4, und nicht allzu kalt im Moment, ich bin im T-Shirt. Ja, ja, sowieso, im Moment, die Sonne scheint schön da, und es macht noch nicht kassig, dass man gerade muss pressieren, gell? Ja, das steht top, auch so, wünsche ich dir eine gute Aktivierung, und die besten 3,70, und schöne Tag, Salü, René. Ja, super, also auch da mit den Bodenwellen, guter Report, im 8.57 geht es auch zwischen den 9.00 Uhr. Es sind viele Verbindungen zusammengekommen auf Kurzwelle, es hat gut geklappt, die Trapeurte sind auch gut gewesen, ja, und ich mache mich langsam da wieder auf den Heimweg, es ist ja eigentlich plan gewesen, so ein bisschen als Halbtagestour da oben, ich habe zwar ein bisschen länger gebraucht, wie er geplant, wegen dem Gelände, wie es noch ein bisschen steil gewesen ist, mit Grölle, und ich werde jetzt mal den anderen Abstieg noch probieren, und ich werde eine Dreckaufzeichnung machen auf dem Navigationsgerät. Der alternative Abstieg, ich denke, ich schaue das mal an, müsste in meiner Meinung noch eigentlich gehen, von der Steilheit her geht es gerade knapp noch, und vom Grölle denke ich, müsste das eigentlich auch funktionieren. Unter der Trape ist da keine Gefahr, ist es auslaufend. Ein Teil vom T4-Abstieg ist geschafft, der Rest ist Erde, Köl, Kies, das geht natürlich sehr schnell da, der Trape. Ja, ja, lieber runter wieder nochmal schauen, da geht es dann vorne, und da muss ich schauen, dass ich hier die Ecke wieder kriege. Für uns heisst das eigentlich, es gibt nichts mehr Neues, man hat eigentlich alles gesehen hier oben, der restliche Retourweg ist gleich. Genau, die einzige Differenz von der Aufzeichnung ist, ich bin hier eine Uhr hinten rum, und ich habe jetzt hier den direkten Abstieg gewagt, und das scheint unproblematisch zu sein. Wunderbar, hat es geklappt heute nochmal, ja, es wird es auch nicht fallen, morgen kommt eine Halbfront, und es geht langsam ein wenig zurück, das warme, schöne Wetter. Hier hinten ist es eigentlich auch noch gut, vorne zum Teil regnet es bereits, es ist etwa halb eins, und ich hoffe, dass ich in einer Stunde so weit unten bin, dass wenn es anfangen zu regnen, mir das eigentlich nichts mehr tun würde, oder mich nicht stören. Toll sind wir wieder dabei gewesen, hier in der Nähe vom Julierpass, und ich hoffe, dass wir nochmal etwas machen können, dass es noch ein paar Mal klappen wird, nochmal schön wird. Ein Haufen Berge haben wir ja, die wir noch aktivieren können. Ade miteinander.